Rambor kommt rein, hat er was gegen den Miner, er lässt den Miner durch, lässt den Miner durch und, dann war's das, das war's, Romm gewinnt einfach, krass. Oh, Barbarifas trifft nicht alles und da ist der eigene Goblin dran, das ist halt so Wahnsinn, das sind halt 500 Schaden oder so, ne, das ist halt, oh Gott, oh Gott. Hat er vielleicht einen kleinen Spell, nein, aber er hat einen Henker und der Henker ist gut gegen Spam und der Henker trifft alle Skelette. Oh mein Gott, Pekka noch hin, das Match ist noch nicht vorbei, auf jeden Fall nicht, Schneeball kommt rein, schöner Schneeball, aber Rakete Lock sollte auch ausreichen, Koboldfass kommt rein, Rakete fliegt, Lightning kommt, Schneeball fliegt und das war's, oh mein Gott. Er spielt Golem, Ballon, Klon. Beide Loons fliegen auf die rechte Seite und Jona kriegt jetzt beide Türme oder was? Was ist das denn? Was ist das denn? Was macht Jona denn hier? Geht richtig, richtig gut, aber das ist jetzt ultra viel Damage durch die Skelette und jetzt wird's nochmal knapp, jetzt wird es nochmal knapp, Suchdefekt. Dreht das Ding hier einfach. Kommt die Widerreiterin vielleicht nochmal durch? 4 Sekunden, 572 HP, der Nado kommt, ein HP Unterschied, was? Was? 572 zu 573. Der Tornado, holy shit, was war das denn für ein geiles Game?